Yo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt und zwar Minecraft Olymp im Team mit dem Faison. Hallo, Mami ist der Fabson dabei. Moin, und ich würde sagen wir lassen es hier erstmal durchlaufen und dann erklären wir, oder? Ja, können wir auch machen. Ok, wir sind auf jeden Fall hier im Team Fabson am Start. Hier seht ihr bei Fab die anderen Teams. Ja genau. Und der ist auf jeden Fall jetzt nicht so eine große Filermenge, aber es ist auch glaube ich nur ein Radius von 500 Blöcken, die Welt. Und ja, auf jeden Fall, wir springen jetzt hier gleich hier runter. An Olymp kann man denke ich schon so ein bisschen hören. Ja, wir haben hier eben ein paar Götter-Abilities, sag ich mal. Also jedes Team hat eine Fähigkeit, die wir jetzt noch nicht wissen, also die erfahren wir jetzt gleich erst. Ja, das steht dann hier so eingeblendet in der 1.8. Genau, und dann, manche sind zum Beispiel gegenfeuerresistent, manche regenerieren am Wasser oder sonstiges. Ich bin auf jeden Fall gespannt, da kommen schon die Blitze. Und, ok, hast du gelesen? Ja, wir haben Ruther, ja. Und Poseidon, nice. Ok, das ist richtig geil. Ok, ihr seht hier eh alles, aber wir erklären das gleich noch. Genau, ok. Ich mach mal lieber ein Screenshot von unserem Check. Ok, wir rennen hinter uns weg, würde ich sagen. Ey, wir müssen hier runter, oder? Achso, ne, wir müssen hier runter, ok. Dann muss einfach runterspringen. Ok, äh, ja. So, lass da, wo wollen wir? Das sind Melonen, sollen wir die mitnehmen? Ähm, ja, nimm die lieber mit. Warte, in der Mitte ist ne Höhle, was ist da? Da ist... Ne, da ist nix, ok. Ich komm wieder. Auf jeden Fall so ein Battle, sag ich mal. Wir nehmen das alles am Stück hier jetzt auf. Und... Ja. Lass mal hier kurz Holzschwetter machen und die Hühner töten. Für Pfeile. Ja, genau. Da sind schon ein paar, deswegen. Und auf jeden Fall noch die ganzen anderen Tiere, damit wir Essen haben. Ja, auf jeden Fall, ähm... Ich verspreche nicht erstmal. Auf jeden Fall, wir haben jetzt die, ähm... Derke Poseidon bekommen. Da habt ihr schon gesehen, wir regenerieren im Wasser. Und ähm... Unsere Schwäche, da hier ist jemand nämlich auch eine Schwäche, ist Wither. Das bedeutet, wenn wir Feuerschadener leiden, dann sind unsere Herzen so schwarz verdeckt. Und wir können halt nicht so genau erkennen, okay, wie Feuerschadener haben wir jetzt noch übrig oder sonstiges. Wieder schon, äh... Links im Table. Gut. So, ich, äh, hole mal kurz Steine hier aus der Höhle. Hast du das eingesammelt? Ich glaub schon. Ja, hab ich. So, ich töte einfach mal die ganzen Tiere hier. Okay. Oh Gott, das leckt, glaub ich. Max? Ja. Äh, ich kann nicht... Äh, ich kann die Steine nicht abbauen. Vielleicht kannst du auch nur da nicht abbauen. Weil ich das gar nicht dazu gedacht. Weil es ja mitten unter dem Olympus ist. Ich kann ihn abschauen, aber es droppt nicht. Ja, okay. Das kann sein. Das ist ein Zeichen. So, ich hab schon mal sieben Federn. Boah, ich töte mal weiter hier. Die droppen keine Federn mehr. Was ist los mit denen? Ich würd sagen, wir haben eigentlich eh relativ gute, ähm, Schwächen und Stärken bekommen, so. Mhm. Also die Schwäche ist jetzt auch nicht so zu... Also... So schlecht würd ich... Ja. Es ist zwar nervig so, aber man kann's aushalten. Ja. Okay, ich würd sagen, wir rennen jetzt erstmal ein bisschen weg. Mhm. So, hab ich noch ein Gamewatch. Keine Ahnung. Oh, okay. Ähm... Ich würd sagen, wir gehen irgendwo... Ich mach hier noch ein Streetjot. ... und walten, dann bauen wir uns runter, oder? Ähm, es hieß doch, es gibt nur große Höhlen irgendwie. Sicher? Ja, und man kann auch auf der Map Sachen finden. Das heißt, ich würd eventuell ein bisschen gucken sogar. Ich würd schon sagen. Dann könnten wir nach Entities gucken und vielleicht ne Mino oder so finden. Damit wir schon mal... Welche sind so komische Bäume? Irgendwie muss er haben. Ich denk, da drunter ist irgendwas. Eins, ne? Oder ne? Ne, lass weiter. Okay, ja. Ja. Wollen wir die Spinnennetze hier oben mitnehmen? Äh, ja. Ja, lass auf jeden Fall mitnehmen. So, gehst du schon hoch? Ja, genau. Und Angeln, äh, also Angel ist verboten. Mhm. Nur vor Absolut. Also generell, man kann Gegner, glaub ich, sowieso nicht damit... ... sagen, du hast nen Apfel. Sehr gut. Äh, einen Faden hab ich. Ist da noch was? Oben? Guckst du? Äh, ne, hier ist aber noch ein Faden, glaub ich. Da oben ist noch einer. Hab ich? Sag mal, da unter dir, genau, da ist einer. Okay, gut. Wieviel hast du? Ich hab drei. Ich hab zwei. Ja gut, ein Bogen ist schon mal safe drin. Mhm. Da vorne sind noch ein paar Tiere. Genau. Und was man auch noch nur machen kann, ist, man kann sein Schwert nur höchstens auf Stärfe 2 entstanden. Und sein, äh, seine Rüstung... Ne, andersrum. Ne, Bogen und Schwert kann man auch auf 3. Bogen und Schwert auf Stärfe, beziehungsweise Stärke 3. Und Rüstung auf Schutz 2 höchstens. Genau. Damit's auch nicht zu OP wird. Ja. Weil sonst kommen hier am Ende Leute mit Stärfe 5 an. Da ist eine Schlucht. Warte, hier ist irgendwas. Die ist auf jeden Fall ziemlich... Nein, die ist eigentlich ziemlich mickrig. Müssen irgendwann das sein. Da vorne ist irgendwas mit Sandstein. Wollen wir da angehen? Ich weiß nicht, ob das angezeigt wird wegen dem, ähm, Sandstein. Ja, das sind. Äh, wegen der Grace Period, weil das sind 5 Minuten. Ja, das Zuckerrohr. Und... Echt? Ja, das sind... Nehmt. Also man kann hier auf jeden Fall andere Sachen noch finden. Wie hier, da vorne ist auch irgendein Fell. Äh, weil man kann auch dran sterben, hieß es, wenn man sich blöd anstellt. Auf dem Fell? Das ist halt... Äh, nicht auf dem Feld, sondern generell. Aber auf dem... Da ist ein Feld halt. Ja. Okay, ja. Irgendein Team hat sich auch... Kein Fallschaden, also ist auch eine Stärke. Ja. Kein Feuerschaden gibt's auch noch. Was ist denn hier drin? Das Schlimmste, was uns passieren hätte können, wäre, dass wir bekommen, dass uns, ähm, weil es gibt so eine, so eine Schwäche, da ist man aneinandergekettet quasi. Hier ist Code, du? Ja. Dass man keine 100 Blöcke auseinander gehen kann und das ist halt... Echt nervig. Das ist nervig, ja. Angenommen, man kämpft oder so, dann müssen die wegrennen und irgendwie spittet man sich dann... Wir haben quasi jetzt unendlich Essen, ne? Wegen die Kartoffeln hier. Das ist auch gut. Das finde ich recht nice, okay. Dann würde ich sagen, jetzt müssen wir langsam mal eine Höhle, ne? Ja, das wäre gut. Okay. Essen haben wir jetzt auch. Mhm, auf jeden Fall genug, würde ich sagen. Also für das Erste. Ja, das reicht. Kartoffeln. Ich habe übrigens Steck Kartoffeln. Da drin war nichts. Da vorne ist der Eingang, da vorne, äh, ist so eine kleine Höhle. Ich weiß nicht, ob man da was findet. Oh Gott. Okay, Friedenszeit ist zu Ende. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, jetzt wird's kritisch. Weil ich die Hühner hier... Ne, das ist Lava. Das sind Lavaseen. Ne, mach die Hühner mit. Ähm... Jetzt haben wir über den Berg... Lassen wir hier links. Oh, oh. Cube ist tot. Cube ist direkt tot, okay. Oh wow, okay. Patrick ist auch tot. Patrick ist auch tot. Patrick auch? Oh wow. Okay, da wird jetzt... Also... Ein Team ist schon mal... Es gibt keine... Also zwei Teams sind alleine schon... Ja, genau. Wollte grad sagen. Sollen wir eine Base... Ne, der... Boah, der wird kleiner, glaub ich. Lass einfach die Bäume hier abbauen, oder? Ja. Ich meine aber bei so Bäumen, dass da unten was ist. Ähm... Ja, sollen wir uns... Ja, lass runter bauen, würde ich sagen, oder? Äh... Ja, kann man machen. Also hier Bäume abbauen noch ein bisschen, dann runter. Ach, Entities bauen ist ja nicht verboten, ne? Das war echt... Also ich stand jetzt nicht in den Regeln so verboten drin, deswegen. Nur hier find ich grad jetzt nicht viele. Da vorne waren irgendwo richtig viele, deswegen. Okay, ja, ist... Also hier nicht runter bauen, das sagst du? Ne, ne, lass nochmal... Dann hol ich schon mal Stein, dass wir... Wenigstens Steinschwert haben, falls wirklich nichts weit kommen soll. Ja, okay. Sneak am besten einfach weiter. Ja, ich sneak eh immer die ganze Zeit. Hab ich mich schon voller angewohnt. Okay, die Folgen gehen jeweils, ich glaub 15 Minuten. 15 Minuten, ja. Und dann kommt einfach ein Cut, also nicht wundern, wenn wir weiterreden, oder so. Ja. Ähm... Ey, hier ist nur Erde. Was ist das? Ne, jetzt ernsthaft. Gar kein Stein. Gar kein Stein. Aber die Frage ist halt, wie weit... Ah, hier. Boah. Und es ist auch so, dass die Spawnrate von Erzen... Ähm... Ist 20... Ne, 5% oder 20% höher. Irgend so was. Ich weiß grad gar nicht genau. Okay. Ähm... Sollen wir uns hier einfach runter graben, irgendwo? Ähm... Ja, warte. Wo ist Erde? Da ist Erde. Nimm mal kurz was mit, dann baue ich das hier oben zu bei uns. Ja, mit Erde... Ja. Hab jetzt einfach zugebaut, so. Werkbank, hast du mitgenommen? Ähm... Ne, fuck. Soll ich mitnehmen noch? Ne, lass stehen. Du hast keine Holze, oder? Ja. So, dass wir hier schon mal alles braten, weil wir haben drei... Ne, vier Stacks sogar. Einfach Kartoffeln. Mhm. Ich hätte gesagt, ähm... Kannst du mir ein bisschen Stein geben? Dann mach ich den Steinspitzack und grab direkt mal weiter. Ich mach mir ein Steinschwert. Das du braten kannst. Ähm... Mach das hier. Sollen wir mit Holz braten? Das wär glaub ich dumm. Lass mal auf Kohle warten. Ich hab Kohle 2. Echt? Achso, ja, dann pack rein. Ja, warte. Da. Ja, gut. Sag dir nicht Bescheid, wenn du jemanden ziehst, ne? Ja, ich... Bau jetzt halt eher nach unten. Aber falls irgendwas ist, dann... Ja, sag ich Bescheid. Neun Federn. Stimmt. Hast du einen Zuckerrohr mitgenommen? Ja. Ich hab neun Zuckerrohr. Okay, gut. Haben wir Leder? Ich hab drei Leder. Ja, drei Leder. Ja, drei Leder. Bis jetzt? Nice. Wenn wir jetzt noch eine einigermaßen gute Höhle finden. Dann wär's perfekt. Meine Stimme ist auch noch ein bisschen gefickt, also nicht wundern. Ich dachte irgendwie... Ja, es ist ein Tag, nachdem das eine Skywurst wieder kam. Ich hab keine... Spitzergämmer. Keine Spitzergämmer. Also, dann lass mich mal weitergaben. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es zu schlau ist, sich runterzubauen, weil halt gesagt wurde, dass hier selbst gebaute Höhlen gibt. Deswegen... Weiß ich aber. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da eine suchen sollten oder weiter. Hier. Bauen wir noch ein bisschen runter. Wo sind wir denn überhaupt für... Ja, 50. Ich weiß nicht. Oh. Wir brauchen sowieso noch ein bisschen Schneiden. Nein, deswegen. Welche Höhle sind wir... Hast du mit der Steinspitze mitgemacht? Nicht, ne? Ne. Okay, dann brauch ich mal eine. Ähm. Auf jeden Fall krass, das heißt, Veni und Cube haben schon mal gegen Titox und Patrick gekämpft. Ja. Warte, wer ist jetzt raus? Patrick und... Und Patrick. Findest du da irgendwas? Kohle. Echt? Ja. Ja, okay. Ich weiß echt nicht, wie das mit den Höhlen aussieht. Also... Nicht, dass wir am Ende ohne Rüstung da stehen. Ja, das wäre ziemlich dumm. Aber ich weiß halt nicht, ob es sich mehr lohnt, irgendwo zu suchen nach einer Höhle. Ähm. Soll mal... Lava. Lava? Hörst du Lava? Ja. Okay, gut. Dann passt alles. Äh, ich nehm den Ofen mit und dann... Ja. Komm ich. Wollen wir schnell noch ne Axt... Weiß jetzt nur gar nicht von wo die Lava kam, komm mal zu mir runter eben. Ja. Irgendwo aus der Richtung, glaub ich. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ne, ich hör's halt auch nur so leicht. Ich bau mal weiter runter. Ich hab mein Minecraft-Sound so leise. Ja, meiner auch grad. Oh, okay. Patrick ist tot und Tobi ist tot. Ich hab's auch down. Okay. Okay. Okay, es kann wirklich sein, dass in dieser Aufnahme-Session... Äh, ne, als ob die gar nicht so leise sind. Das ganze Projekt ist in einer Aufnahme vorbei ist. Ja. Vor allem, es leben nur noch zwei ganze Teams. Und halt... Ne, das Kitox ist auch tot. Kitox ist auch tot. Hä? Wir leben noch... Ex-Solo-V... Ne, warte. Wir und... V-King noch. Ne, ja genau, Player-Kit ist raus. Und Ex-Solo. Und Tobi ist raus. Kitox ist alleine. Dünn, so war das. Okay, ich hab Redstone gefunden. Ja, what the fuck. Und ne Menge an Gravel. Die Lava kommt von hier, by the way. Hier ist Gold. Nice. Ich hab halt keine Eisenspitzsacke. Ja, ich wollt grad sagen. Ah, hier kommt richtig viel Gravel runter, Mann. Okay, mal gucken, ob hier noch... Hier lang bauen wir. Auch noch nicht. Redstone. Ich hab keine Steinspitzsacke mehr. Hier ist Lapis. Hier irgendwo müsste jetzt doch gleich sein. Hier ist Cola. Ah ja, ich mach mir selber mal eine. Neunzehn. Hier ist, hier ist, hier ist... Oh Gott, Riesenhöhle. Höhle? Riesenhöhle, ja. Gute Höhle, super Höhle. Brutale Höhle. Auf ner Skala von 1-10? 3000. Okay. Pass auf, hier ist ein Creeper direkt um die Ecke. Was machen wir mit dem Gold? Da müssen wir gleich zurückkommen, ne? Ja. Oh, das sieht mega... Fuck. Da vorne ist ein Enderman. Pass auf... Ja, ich weiß... Hast aber ein Skelett, deswegen müssen wir übel aufpassen. Das ist alles. Links von dir hinter der Erdwand, die ich gebaut hab, ist ein Creeper. Wow, 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 wow. Alter. Was machen wir mit dem? Ja, lass den da stehen, der kommt nicht rüber. Ich bau den mal so ein. Ich bau den mal so ein. Ich muss nicht einbauen, aber ich bau so zu. Kein Bock auf den, Alter. Oh Gott, von oben kam ne Spinne runter. Ne, ich hab den Element. Oh Gott, was ist das für ne Hölle? Ja, Junge, diese Lava fuckt ab. Ja, lass mal hier das Eisen abbauen. Sieht mir aber krass nach ner selbstgebauten Höhle aus, irgendwie. Da vorne seh ich ne Menge Gold. Vor allem mit der Lava und so. Aber ich glaube, es ist auch alles selber gebaut. Oh. Deswegen der Bergrand vorne, der war schon krass. Okay, warte, wir bauen hier ein bisschen aus, würde ich sagen. Und dann machen wir hier erstmal unser Lager auf. Ja, da vorne seh ich noch Eisen. Aber der Creeper nervt halt, ne? Was sagen wir noch? Na, der macht hier so nix. Solange er keinen Weg rüber hat, kann der uns nichts machen. Ich weiß, aber nicht, dass der irgendwann seine Sneaky Attacks raushaut. Vor allem springt das in zwei Blöcke. Okay. Ähm. Soll ich einfach mal versuchen... Soll ich mich einfach versuchen rüber zu holen? Mach keinen Risky Shit. Ne, nicht rüber bauen. Nicht? Okay. Warte, wir haben jetzt eh gleich, äh, Wassereimer. Obwohl, ne, haben wir gar nicht. Wir haben kein Wasser. Ich wollt grad sagen, wir haben doch gar keinen Wassereimer. Oh fuck this shit? Ja, ne, ein Wassereimer wär ja alles gut. Hm. Ja, lass hier einfach am Rand rüber bauen. Safe is safe. Ja, aber pass auf wegen dem Skelett davon. Ja, ja. Alles easy. Auf wegen haben wir Full Ivan wahrscheinlich. Ja, ist ja. Ganz nice. Hier ist sicher aber noch keine Höhe. Ne, hier ist 21 sogar. Hier ist 21. Sieht eigentlich geil. So, wenn wir noch ein bisschen weiter tiefer gehen. Hier ist Gold noch. Hast du eine Eisenspitze, oder? Äh, Eisen ist im Ofen. Im Ofen. So, Junge, das ist ja auch Risky. Das brauch ich mal kurz hier. So. Hier ist alles Risky, Mann. Ja, ohne Spaß. So, Eisenspitzeacke. Wurde gemadet. Gemadet. Äh, baum mal als nächstes. Ne, einmal bringt uns ja auch nichts, wenn wir kein Wasser haben. Ja, dann erstmal Rüstung, würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall. Dann können wir auch die Mobs easy töten oder so. Ja, eben. Ähm, ich geh kurz nochmal das Gold suchen. Ah ja, genau. Das stimmt. Da war was. Nikita kommt mit. Ja, als ob die da jetzt schon so krasses Rambazama machen, Alter. Ja, ja. Ich dachte so, das Projekt dauert ein bisschen. Echt? Jetzt geht erstmal jeder in eine Höhe und fahren. So, was machen wir? So, ich baue mich auch mal eine Spitzhacke. So, ich baue mich hier schon vor, by the way. Okay. Komm einfach mal mit und guck, was du da so gebaut hast. Ähm, das waren übrigens noch zwei Gold insgesamt. Also, das waren keine Quellen. Ja, okay. Hier auf dem Weg war auch noch jemand. Irgendwann da oben. Wenn du mal nach oben. Boah, da ist ein Zombie mit Goldrüstung. Muss man auch aufpassen. Ähm, die anderen? Ne, ne. Jetzt grad nett. Ich guck nochmal kurz in dem Eisen. Aber ich will gleich ein Eisen. Soll ich gleich direkt ein Eisenschwert machen? Kann ich schreiben. Äh, ja, mach mal. Ich kann zwei machen. Ich mach direkt mal zwei. So. Oh Gott. Auf der Schlittmarke. Äh, jetzt sollen wir eben eine Abmoderation machen? Äh, ja, lass einfach kurz sagen. Dann sehen wir uns gleich in der... Oder halt in der nächsten Vergangenheit wieder. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann sehen wir uns gleich wieder.